Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Also, jetzt kommt ein Lied mit einem ernsten Thema plus einer lockeren Tänzerin. Das heißt, ihr achtet mit dem Kopf auf den Text und mit den Augen auf sie. Und ich muss noch ganz kurz was zum Lied sagen. Ich muss noch ganz kurz was sagen, bevor dieses Lied startet. Und zwar wird uns immer verkürzte Kapitalismuskritik vorgeworfen. Und dass wir ja nur gegen die Banken seien, wegen dies und wegen das und Privatbanken und sonst was. Und ich sag, das ist alles Schwachsinn, weil das Fehler in dem Geldsystem ist, das Geldsystem an sich. Geht mal zu eurem Bankberater und fragt ihn, wie das Geld funktioniert. Er wird keine Ahnung haben. Und dann... Du bist Kapitalist. Er ist Kapitalist. Einen Applaus. Und das Wichtigste ist zu verstehen, wie dieses Geldsystem funktioniert. Und deswegen erkläre ich euch das, während sie wundervoll tanzen wird. Denn unser Geld wird aus Luftgemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast. Eine Wurzel des Problems und eine Säule des Systems. Darum wollen sie nicht, dass Leute es verstehen. Denn unser Geld wird aus Luftgemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast. Es kann nur so durchbestehen, weil auch wir noch daran glauben. Und ich frag mich, warum wir noch daran glauben. Die Leute glauben, den Kredit, den sie von einer Bank nehmen würde, vom Geld kommen, das andere Feuer anlegen. Oder dass sie es aus dem Schrank nehmen, wie Tage über Dack. Nee, ich sag euch, wie das real geht. Banken können einfach Geld erschaffen, aus nichts durch den Klick auf die Entertaste. Auch wenn du denkst, dass ich nur Scherze mache, es ist gerade Realität. Auch wenn ihr es für unverstellbar haltet habt, es ist wahr. Es ist durch nichts gedeckt, Papier, wo etwas draufsteht, aber nix drin steckt. Bevor du den Kredit aufnimmst, war ja nicht existent. Durch deine Schuld erblickt neues Geld die Welt. Aber dann, wenn du die Schuld nicht abzahlst, um Geld, das sie vorher aus Luft gemacht haben, musst du ihnen echte Werte geben. Haus, Buch, Auto, Blut, Zins. Willkommen in unserem Geldsystem. Let's go! Geld wird aus Luftgemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast. Es kann nur so durchbestehen, weil auch wir noch daran glauben. Und ich frag mich, warum wir noch daran glauben. Unser Geld wird aus Luftgemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast. Es kann nur so durchbestehen, weil auch wir noch daran glauben. Wir haben Money in meinem Geld. Oh, pass auf. Denn Geld entsteht aus Schuld. Ohne Schuld kein Geld. Fragst du dich, warum du das nicht aus der Schule kennst? Logisch, denn was glaubst du, was hier los wäre, wenn die Leute wüssten, was hier los ist? Das ist der größte Betrug der Menschheitsgeschichte. Und es ist an der Zeit, es den Menschen zu berichten. Weil Banker, Politiker und Presse nix vermitten. Muss sie es widerrichten. Let's go! Denn unser Geld wird aus Luftgemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast. Es kann nur so durchbestehen, weil auch wir noch daran glauben. Und ich frag mich, warum wir noch daran glauben. Unser Geld wird aus Luftgemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast. Es kann nur so durchbestehen, weil auch wir noch daran glauben. Wir haben Money und ich frag mich, warum wir noch daran glauben. Dankeschön! Also dieses Gericht, Sex sells, das stimmt anscheinend definitiv.